Wie süß ist das denn? Ach, Herr. Ja, was machen wir damit? Das Stofftier, einfach nur hinstellen, wa? Das kannst du bestimmt bei deinem Schiff mit auf die Konsolen nehmen. Ja, das kann sein. Als Co-Pilot raus. Noch knuffig. Du musst jetzt die ganze Zeit mitnehmen, komm. Ja, mitnehmen, Schiff. Okay. Äh, und gibt's hier Klamotten? Ja, ganz ruhig, du bist ja schlimmer als jede Frau, komm. Ich muss mich hier oben gucken. Jetzt laufe ich hier mit Pinguinen rum. Ja, als wärst du auch gerade aus dem Freizeit angekommen. Dann haben wir an der Losbude gewonnen. Surface, Angels, Lights. Musste man vorhin hier noch weiterfliegen, oder war man schon da? Weiß ich nicht. Wo sind denn hier die Geschäfte? From the left, Shopping, Dining, and entertainment. Metrol? Be sure to visit New Babbage's renowned promenade. Treppe runter beim großen Fenster. Hier ist das große Fenster. From all of us at my protection. Ah, hier, 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 oder? Ja. Ach stimmt, das ist ein Bankautomat, ne? Ja. Hast du Verluste? Nee, aber ich hatte hier gerade den Vogel vor mir. You have no outstanding, okay. Gott, kommt noch die Rechnung fürs Flugzeug und so. Was? Pingu, passt doch auf hier, ne? So, hier mal gucken. Hast du den hier zurückgelassen? Nee, der muss selber am Bankautomat noch irgendwie Kontostand prüfen oder so. Wie kannst du nur so sein? Och, hier. Ja, was ist? Was? Was? Ja. Wieso hast du den jetzt? Ja, weil du den weggetan hast. Nee, das ist meine, er gibt ihn her. Gar nicht, du hast ihn zurückgelassen. Du bist schlecht zu ihm. Er hat geweint. Man kann ihn doch nicht einfach so verstehen lassen. Kann man sowas als Diebstahl melden hier? Nee, du hast ihn weggeborgen. Dass die geklaut hat? Nee. Heidelberg, schlaf gut. Kann ich dich auch, wie die Power Rangers jetzt informieren oder sowas? Du hast ihn zurückgelassen. Eigentlich gehörst du angeklagt. Was? Wo sind wir hier? Wo gibt's denn hier Klawatten? Guck mal, hier gibt's ein Stück im Clan. Du hast ihn nicht verdient. Was? Richtig. Was hast du gar nichts gemacht? Du hast ihn einfach da liegen gelassen. Hab ich gar nicht. Ein Stück Dreck und er hat geweint. Und stell dir mal vor, jemand hätte ihn genommen, der ihm was Böses antut. Ja, so wie du. Ich bin total lieb zu dem. Du bist gar nicht. Aufzug fahren. Komm zurück. Da vorne ist ein Aufzug. Ja, aber es ist jeder Aufzug derselbe. Genau. Einfach ausgesetzt. Ja, fürchterlich. Kann man so sein. Komm rein. Ich glaube, der bewegt sich halt. Du hast bestimmt wieder alles gedrückt. Guck mal. Was ist das? 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 Grands of the Moines. Hier ist die Bahn. Where ist die Karte? So. Guck mal, hier gibt es ein Expo Center. Linke Bahn, hier. Siehst du? Ingenbahn. Trump. Du willst ja nicht mehr die ganze Zeit mit dem Ding jetzt rumlaufen, oder? Ich habe ihn lehnt. Du hast ihn nicht geworfen. Ich habe ihn lehnt. Ich hole Kuffelstum. Ja. Ach, sch... Rechts, nicht links. Aber Hotel können wir auch mal angucken. Was für ein Hotel? Da muss ich jetzt einziehen. Pingu. Okay. Dann setz du Pingu im Hotel aus. Irgendwo ein Hotelzimmer. Was? Bist du irgendwo? Das ist Pingu. Dr. Klapps. Was ist? Hey. Ja? Gib den zurück. Wen? Gib den her. Nein. Das ist meiner. Ist er gar nicht. Machen wir Fett auf. Gib das her. Ich schmeiß jetzt raus. Gib den sofort her, oder du wirst sterben. Oh, die Stimmlage. Oh, die Stimmlage. Oh, warte. Drei. Ja, Moment. Frei. Wie kann ich den hinten hinlegen? Ja. Mann, ich kann nicht... Wie geht das? Nee, aber dann setzt du ihn ja aus. Wat? Ich schreib den jetzt. Der sieht doch selten doof aus. Guck, der Plebsi geht's dir. Relax, na? Wat ist? Guck, wie schön, dass der aussieht. Oh, Pico. Du hast einfach kein Herz. Wat? Die dunkle Seite der Macht hat Besitz von dir. Nicht auswerfen, wir sind doch jetzt gleich da. Wo ist der? Wo ist der? Bist du irre, der rollt doch. Der rollt doch durch die Bahn. Der ist nicht angeschnallt. Achso. Wir sind da. So. So. Wo ist denn das Hotel? Wo ist denn das Hotel? Microtack? Wo geht's denn hier raus? Wo bist du jetzt? Hier, auf der anderen Seite. Ah, hier geht's raus, komm. Ja. Achso, schnell schon. Hier, doch, hier hoch. So. Schönen guten Tag. Ich hab gern Zippen hier noch nicht. Schönen guten Tag. Wat sind dat denn für Vögel? Wat sind dat denn für Vögel? Wat sind dat denn für Vögel? Hallo? Wo ist Piko? Weiß ich nicht. Ach, jetzt nicht dein Ernst. Was hast du mit dem gemacht? Geh den zurück. Ach man. Pass auf. Der hat seinen gefunden hier. Guck mal, der will hier sitzen bleiben. Geh weg. Was? Was hast du gesagt? Ich soll weggehen? Ja, nicht klauen. Halt Abstand. Achso. So, lass uns bitte jetzt hier mal gucken. Komm, Hotel jetzt. Ja, ist das nicht hier? Ich weiß es nicht. Nest. Entschuldigen Sie bitte. Hier muss aber irgendwas geschluckt haben bei den Lampen, wa? Was für Lampen? Mit da oben. Hier. Ach, das ist cool, ja. Guten Tag. Apartments. Okay, hier. Hallo? Ist hier noch was freier? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich kann nur exit. Pico. Ja, kann man jetzt hier so ein Zimmer buchen oder so? Geht das? Ich möchte ja irgendwo die Türe öffnen. Floor. Ich hab jetzt Pico, ja. Schmeiß den hier runter. Nein. Der kann doch fliegen, ist ein Pinguin. Also wenn ich mal, wenn ich mal RP machen will, dann wirkt halt in diesem Spiel. Hier kommen wir gar nicht rein, ne? Ja, das ist ja auch nicht dein Zimmer. Achso. Das müssen wir irgendwie anmieten. Drypowder. First Aid. Kann man hier ein Zimmer mieten? Klopf mal. Ne. Weiß das jemand? Achso, 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 okay. Aber sind die denn nicht auch eingerichtet und so? Ich weiß nicht. Also Hotel kann man jetzt nix groß machen. Okay, weiter geht's. Backspace-Hitze war mal am Arsch. Ist aber sneaky. Ähm, dann lass uns mal zu den Shops. Dann müssen wir aber wahrscheinlich, äh, mit der Bahn wieder fahren, ne? Ja. Was passiert hier? Ist das ein Denker? Wer? Ja, diese Skulptur wurde von Kninchi Wintchi gemacht. Im Jahre... Kninchi. Oh! Ach, stell dich dein Ernst! Was? Ach, Mann! Ich schlag dich kaputt! Du stirbst! Du riechst dir alle deine. Kräfst mich überhaupt nicht. Ach, Mann, warum hast du schon mit in der Bank? Ich fall die Treppe runter, dann sterb ich. Pico! Er weint, er schreit. Wollen wir jetzt hin? Der ist gerade runtergelaufen, der Gerrit. Ja. Komm! So, Metro. Wer ist denn das? Metro. Spaceport. Das Expo-Center hier. Das ist das, wo die Shops sind, oder? Oder? Ja, ne? Ja. Okay, muss man warten hier. Steigst du erst ein, ja? Komm her! Was ist? Was hast du da? Komm mal, Kreuz. Das ist ein Stick, ist das. Oh! Ich hab mich selber gestorben. Du bist so toll. Warte hier. Pico. Ob wir den fallen lässt. Ja, der hat doch einen Helm an. Ist doch sozial. Der tut's doch nicht weh. Stand clear of disembarking passages. Das ist ein böser Mann da. Ich bin ein liebesvolles Wesen. Ja. Sieht mich wohl, aber anders. Jetzt haben wir heute schon locker 15... 15, 16 Stunden gestrieben, ne? Wahnsinn, ne? Jetzt, äh, ein bisschen richtig drucken. Hm. Cholerico, ne? Ja, stell dir mal vor, Cholerico. Hast du schon einen kalten Machen? Hast du einen in der Klatsche hier? Äh, vor allem mit Picos Gesicht, aber... Äh, äh, äh. Okay, werden wir langsamer? Ja, ich bin aufgefahren. Bist du müde? Äh. Bisschen. Bisschen. Oh nein. Ich glaube, ich habe wieder Disconnect. Was, Disconnect? Was mit Pico? Fliegt er jetzt durchs All? Bin ich doch da? Tatsächlich, ja. Äh. Hä? Was passiert? Pico ist weg. Ach, erzähl kein Schwankes. Ne, ohne Scheiß. Ach, sag das nicht. Doch, guckt auf Stream hier. Siehst du den Locken vor mir in der Hand? Ich sehe den Stream nicht. Der hat bei mir alles geschlossen. Achso. Badm-Stream ist Kinderarbeit. Wat? Ach, mir hat die auch zu verhängt. Denkst du, du würdest irgendwann für das Spiel X4, was du eben sagst, ein Gewinnspiel hier machen? Wat? Wat? Dafür müsstest du ja auch spielen. Oder meinst du, der Bernd Lian ist doof? Ne? Ne? Du stehst bei mir noch hier, ne? Dann muss... Kann ich ja hier warten, ne? Wo geht denn das hier raus? Hä? Ich bin gefangen, fangen in der, in der, in der Bahn. Irgendwie. Ich dachte, ich kann hier einen Tesla gewinnen. Unter anderem auch, ja. Tatsächlich. Natürlich. Ja. Ach, Tesla, nee. Tesafilm. Ich kann so Tesafilm gewinnen. Eine Rolle. Das kann ich dir gar nicht sagen, Billy. Was kostet der Einsteigerpreis? Das Einsteigerpaket im Moment, weiß es niemand. Ich weiß es nicht. Ach, bei ihr ist alles weg. Ich sehe gerade TES. Aber es ist auch weg. 45 Euro. So, jetzt bin ich doch da und kann hier raussteigen gleich, ne? Warte, bis hier wieder. Ja, ich bin wieder hier. Aber hier kommt man gar nicht raus. Wieso öffnet sich nicht hier nicht? Jetzt fahre ich schon wieder mit der Bahn. Gehen hier nicht die Türen automatisch hoch? Das ist aber schon mal eine zweite Extra-Runde. Ja, wirklich? Ja, klar. Du hast das Ding verpackt. Normalerweise gehen die Türen ja auf. War das richtig, dass man eine Faul in der Unterstützung gibt? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Hilf mir. Wahrscheinlich wieder zwei Jungen ineinandergeklippt zu sein. Ich habe mich pechert und müsste ihr in den Server wechseln. Dann kommt man nicht mehr raus. Ich komme gerade eh nicht auf den Server, der ist voll. Also da war ich noch nie. Ja. Nun. Ihr habt den Server geschrottet. Was? Okay. Habt ihr gar nichts gemacht? Auch mal. Das ist wie auf der Kürz-Gratis-Runde. Jerry grüßt dich. Kurz mal ins Menü. Fünf Minuten. Warten und neu joinen. Okay. Ja, komm mal ins Menü. Dann kann ich auch wieder enjoy. Kann ich einfach jetzt hier... raus?